Hallo Kochs-Vegan-Knaß-Fans! Ich bin sehr froh, bei dem Wettbewerb teilnehmen zu dürfen, weil ich nämlich momentan auch wieder mich vegan ernähre. Ja, ich habe für euch heute ein Rezept, das sehr leicht zu machen ist und mega cool aussieht meiner Meinung nach, und zwar Oreo Panda Muffins. Hört sich cool an. Ist es auch. Und ich meine, jeder mag Oreos, also... Ehh, das ist geil. Fangen wir an, würde ich sagen. Ehh, das ist geil. Ehh, das ist geil. Ehh, das ist geil. So, das war also unser kleines Tutorial zu diesem wunderschönen Oreo Panda Muffin. ...Cupcakes Oreo... ...Gefallen! Scheiße, nochmal. Okay. So, ich hoffe, euch hat das Tutorial zu diesen Oreo Panda Cupcakes gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann liked das Video gerne. Ich glaube, dabei geht es hier. Bei diesem Wettbewerb, ich habe keine Ahnung. Das wollte ich auch sagen. Das wollte ich auch sagen. Was sagst du mir? Ähm. Ansonsten schaut gerne auf meinem Kanal vorbei. Mein Kanal heißt Interaktiv Kreativ. Da findet ihr auch noch andere vegane Rezepte oder auch lustige Videos. Schaut einfach mal vorbei, wenn ihr Lust habt. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Abend, einen schönen Tag und viel Spaß noch beim Wettbewerb. Tschüss!